Hallo, ich bin's wieder. Ich habe wieder viel zu viel gelabert in der vorigen Aufnahme, die nicht online kommt, weil ja viel zu lang, viel zu viel gelabert. Ganz kurz, ich habe nicht so viel Zeit für YouTube, wie ich es gerne momentan hätte. So wie gesagt, ich habe ein, zwei Dinge, die ich erledigen muss. Unter anderem kommt Glasfaser zu uns, da muss ich erstmal noch einen Graben ausheben. Ja, das ist auf dem Land ein bisschen anders als in der Stadt. Es ist einfach so, da muss ich ein bisschen selber noch mit dran. Ja, und das wird auch Zeit dauern. Und ja, wir hatten auch noch verschiedene andere Themen, die jetzt erledigt werden mussten. Viele davon sind jetzt mittlerweile auch über den Tisch, aber das Problem ist, ich bin mit YouTube jetzt ein bisschen hinten dran. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nochmals den Vorlauf hätte an irgendwelchen Videos. Ich habe Videos, ja, ich habe welche auf Lager von vor Jahren, aber ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich die online stellen will. Einfach weil das Spiel, das wir damals gespielt haben, mittlerweile sich weiterentwickelt hat, anders ist. Also im Grunde ist es schon noch das Gleiche, aber es gibt halt wesentliche Änderungen, die halt überhaupt nicht mehr aktuell sind. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das online stellen will. So, was haben wir sonst noch? Genau, demnächst kommt dann Chunkpunk online. Also Chunkpunk kommt auf YouTube dann demnächst online von mir auf dem Kanal als Let's Play. Und das ist ein Spiel von so einem Indie-Entwickler. Studio ist auch ein Indie-Game im Endeffekt. Die haben fünf Spiele, glaube ich. Sind auch, glaube ich, fünf Entwickler. Passt ja perfekt. Ja, genau. Ist halt wirklich was super Kleines. Und ich hoffe einfach, dass euch das Spiel auch ein bisschen gefällt. Das vielleicht magst du eine oder andere selber spielen. Dann könnt ihr das ja selber auch machen. Euch runterladen und also besorgen. Momentan kostet es, glaube ich, noch zwölf Euro in Steam Shop. Ja, also super günstig eigentlich, finde ich. Ich hoffe, ich hoffe ja doch, dass es, dass es noch richtig gut wird. Also für mich sieht es so ein bisschen aus, als ob das in Richtung Satisfactory gehen könnte, dass es da an Contact kommen kann. Wie weit das dann so sein wird, das wird sich zeigen. Also ich finde das Setting auf jeden Fall super cool. Und auch an der Stelle nochmal ein herzliches Dank an die Entwickler, die sich halt innerhalb von Minuten immer gemelden. Also wenn du da hinschreibst, du hast innerhalb von Minuten eine Antwort. Bei anderen Sachen wie von Astro Colony warte ich halt immer noch drauf, dass ich mal irgendwann eine Antwort bekomme. Ich werde dann den nächsten Mal hinschreiben. Wahrscheinlich werde ich nochmal fragen, wie es denn jetzt aussieht. Ob man das denn jetzt auf YouTube online stellen darf, ob man da Videos machen darf oder nicht. Weil das muss man, so blöd wie es klingt, aber in der EU ist es halt so, du musst das erstmal abklären. Du musst erstmal dir das Recht einholen. Ich weiß jetzt nicht, wie es außerhalb der EU ist. Da habe ich mich nicht damit befasst. Aber bei uns ist es so, ich darf nichts einfach online stellen, ohne das Einverständnis vom Entwickler. Das Einverständnis kann in der Sache ausfallen, dass es zum Beispiel in der Euler drinsteht. Oder dass, wenn es nicht drinsteht, ich eben direkt anfrage und sage hier, ich möchte ein Video machen, möchte es online stellen. Im Endeffekt ist das ja urheberrechtlich geschützt. Es ist urheberrechtlich geschützter Content. Das ist ein Spiel und man nimmt ja diesen Content auf, dieses Spiel. Man nimmt die Gegenstände im Spiel auf, man nimmt die Musik auf, man nimmt die Geräusche auf, man nimmt das GenDesign auf, alles halt. Und das ist ja eine urheberrechtliche Sache. Und weil ja Spiele sowas ähnliches sind wie Kunst zum Beispiel, du kannst ja nicht einfach hergehen, kannst jetzt im Museum ein Bild machen von einem Kunstwerk und das online stellen. Also, das geht halt nicht so einfach. Man muss ja erst mal fragen, ob du das darfst. Und auch Personen zum Beispiel, wenn du fotografierst, darfst du das halt auch nicht einfach direkt online stellen, wie es viele auf Facebook machen, sondern du musst erst mal die Personen, die auf dem Bild sind, fragen, ob du das denn darfst. Anders sieht es natürlich aus, wenn das ein größeres Ganzes ist, also wenn das irgendein Fest ist, irgendwas Größeres. Und es sind die einzelnen Personen nicht direkt erkennbar, also es ist halt eine Menschenmenge, die da zusammensteht, dann sieht es anders aus, dann muss man nicht unbedingt fragen. Allerdings sollte man schon auch darauf hinweisen, dass eben Bilder online dann zu sehen sein werden. Also, dass die Leute halt auch die Möglichkeit haben zu sagen, okay, nee, da bin ich nämlich drauf, ich verstecke mich irgendwo hinten im letzten Eck oder so. Ja, also auch das ist nicht ganz so einfach. Ja. Okay. Was haben wir ansonsten noch? Ich glaube, das war es, was ich sagen wollte im Großen und Ganzen. Genau, Chunkpunk kommt, aber was sonst noch kommt, weiß ich jetzt momentan nicht. Ich werde, denke ich mal, erst mal nur jeden zweiten Tag eine Folge raushauen, weil ich halt eben nicht weiß, wie ich es sonst unterbringen soll, wie ich es sonst irgendwie das zeitlich schaffen soll. Ich habe ziemlich viel Videomaterial noch, was ich noch schneiden muss. Das ist auch so eine ewige Geschichte. Ich weiß nicht, das habe ich bestimmt schon tausendmal erzählt, aber zum Schneiden musst du halt echt erstmal, du musst erst mal das Spiel spielen, dann musst du dir die Datei, die Videodatei nochmal angucken, nochmal schauen, wo ist denn jetzt was, was du unbedingt drin haben willst und was willst du jetzt auf keinen Fall drin haben? Oder ja, was kann weg, sagen wir mal so. Weil irgendwelche Grindsachen oder so, die braucht man ja nicht unbedingt. So, dann will man das ja nicht drin haben im Video und dann geht es halt los mit dem Schneiden und dann bist du halt drüber. Ich möchte es aber auch nicht, wenn ich jetzt Multiplayer spiele zum Beispiel, dass ich jetzt direkt einen harten Cut mache, also direkt, was heißt einen harten Cut, also für euch schon einen harten Cut, aber für mich einen harten Cut setze. Also, dass ich dann tatsächlich an der Stelle nicht mehr aufnehme, sondern ich möchte das schon komplett aufnehmen, dass wenn was Cooles kommt, es kann immer mal was Cooles kommen so zwischendrin, wo man sagt, hey cool, ja, das ist geil. Dann will ich das gerne mit dabei haben, dann möchte ich das gerne nicht nachstellen oder so, sondern einfach live drin haben. Also, was heißt live? Es ist ja dann nicht mehr live, aber ihr wisst, was ich meine. Also direkt eins zu eins dann aufgenommen, wenn es auch passiert und nicht irgendwie einfach künstlich nachgestellt. So, das so das zu dem Thema. Also, du guckst es dir an, notierst dir dann jawohl, was kann weg, was soll auf jeden Fall drin bleiben. Dann setzt du deine Schnitte und schaust, wie lange das Video dann am Schluss dann wird, ob es im Endeffekt auf dein Ziel ungefähr kommt, was du haben willst. Ich hatte jetzt zum Beispiel ein Video, das war vier oder fünf Stunden lang, habe ich auf eine halbe Stunde runtergekürzt. Ja, es ist Wahnsinn. Also, bei manchen Spielen, bei manchen Sachen kann man halt echt, muss man echt viel schneiden, also oder viel wegschneiden, weil es halt einfach, ja, viel zu grindig wäre oder viel zu lange dauern würde, bis wieder was Cooles kommt. So, was man halt, ja, was man halt den Leuten antun kann oder ich euch antun wollen würde. Genau, damit ihr nicht direkt wegschaltet. So, ansonsten, was haben wir sonst noch so? Genau, dann musst du es dir angucken, musst du es schneiden, eine Cut setzen und dann muss es ja noch geschnitten werden, beziehungsweise gerendert werden. Und danach hast du noch den Upload. Also, schneiden an sich dauert eben so lange, erst mal wie das Video lang ist, weil du ja jetzt mal das Video nochmal anguckst. Dann dauert es eben, bis du die Cuts gesetzt hast, dann musst du es nochmal angucken, ob es passt. Dann, wenn das alles passt, dann renderst du das Ding. Dann ist es, dann dauert es nochmal, also dann ist der PC für die Zeit des Renderns für, ja, keine Ahnung, halbe Stunde, 45 Minuten, je nachdem. Auf jeden Fall außer Gefecht, da brauchst du nichts anderes machen. Und dann musst du das Ding auch noch hochladen, das heißt, irgendwelche Online-Spiele sind dann in der Hochladezeit auch noch nicht drin. So, hochladen bei mir dauert ein bisschen länger. Es ist einfach so, dass ich jetzt keine, noch kein Glasfaser habe, das kommt aber demnächst. Dann wird es besser mit dem Hochladen, allerdings mit dem Schneiden und Rendern und so weiter wird es deswegen auch nicht besser. Nun mal so, ich habe keinen Schrottrechner hier, also ich habe hier einen i9-9900K. Das ist einigermaßen eine gute Maschine, würde ich mal behaupten. Damit kann man ein bisschen was anfangen. Ich habe auch einigermaßen eine Grafikkarte drin, die ein bisschen was mitmacht. Und trotzdem dauert es halt Ewigkeiten. Und sowas zum Beispiel ist ja auch der Grund, wieso große YouTuber, große Streamer, wie auch immer, die haben ja zwei oder drei PCs, je nachdem. Also ein PC halt zum Spielen, ein PC zum Aufnehmen, ein PC vielleicht dann zum Streamen, je nachdem. Also kann man ja dann streamen und vielleicht sogar noch einen vierten PC, der dann eben die aufgenommenen Dateien eben rendert, der dann eben das Schneiden übernimmt. Zwar kannst du dann die Zeit dir nicht einsparen, in der du das Video nochmal angucken musst und nochmal notieren musst, wo war es denn was Cooles. Aber du kannst dir jedenfalls die Zeit einsparen, in der der PC auf Vollgas arbeitet. Klar, man könnte dann vielleicht den Aufnahmepc oder den Streaming-PC, je nachdem, was man gerade nicht macht, hernehmen dafür. Allerdings ist es dann ja auch so, dass meistens Aufnahme- und Streaming-PC mit dem Gaming-PC gleichzeitig laufen. Also drei PCs dann laufen und eben keine Ressourcen für sowas frei haben. Also naja. Okay, soviel dazu. Ja, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zugucken und viel Spaß bei Chunkpunk, das kommt demnächst. Und wir sehen uns auf jeden Fall. Also wenn ihr weiterhin hier im Kanal drin bleibt und so und weiterhin schön fleißig Videos guckt, dann kommen auch immer wieder neue Videos. Dann gibt es auch wieder neue Sachen von mir. Und ja, das sollte jetzt nur so ein kurzes Update einfach sein. Okay, ja, Videolänge ist ungefähr bei der Hälfte wie vorher. Super, Dankeschön fürs Zugucken. Bis demnächst. Ciao. Ciao.